Also meine Damen und Herren, hier sehen Sie einen wunderbaren Hackbraten mit Schweinehackfleisch von einem freilaufenden Schwein, gewürzt mit indischem Pfeffer, Schabziegerklee und athesischem Quellsalz. Außen herum haben wir eine Hülle vom Schweinenetz und der Braten ist wunderbar locker und saftig und geschmacklich eine Wucht. Und schade, dass Sie das jetzt nicht probieren können. Hier legen wir den auf einen Teller von der Familie Prosigl. Das ist ungefähr 100 Jahre alt, dieser Teller. So und jetzt geben wir, meine Damen und Herren, eine wunderbare Soße drauf. Ebenfalls von den wunderbaren freilaufenden Schweinen zubereitet mit einer Gemüsebrühe mit Sternanis und verschiedenen feinen Gewürzen. Wunderbar sämig, sehr geschmackvoll. Und jetzt als Krönung geben wir noch einen wunderbaren, sehr guten Kartoffelbrei dazu, den wir mit einer Note Muskat abgewürzt haben. Und jetzt stellen Sie sich das einmal vor, Sie würden das essen, wie Ihnen jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Vielen Dank und guten Appetit! Vielen Dank!